moin moin leute wir sind es wieder der tim und arne mit schlongscher youtube unterhaltung mit dem spiel der herr der ringe der krieg im norden es geht immer noch es geht immer doch wir sind ganz aus dem häuschen folge 10 funktioniert ich glaube wir müssen einfach geht das ne wir müssen natürlich wieder die spirale und hat auch hier braut sich ab wenn die die alte mann weg steht oder ich dich blöcke das kannst du so an mir vorbei mit dieser rolle was ist das denn so durch die stürzchen leichte ich habe es mir wieder bock auf andere gegner hey hier lang das wird ruhig noch eine weile so gehen der nächste ist halt so schauen wir erstmal versammeln seine gruppe ich sehe gerade ich muss meinen sound einstellung anscheinend wir mal ein bisschen hochdrehen mir ist gut wo hier ist was hier verkaufen das wäre echt geil ich habe keinen spiel sound mehr aber das macht nichts ist die kohle mittlerweile ich nicht verteidiger nein behalte ich noch mal das ding kann weg das ding kann weg das ding kann weg das ding kann weg warte mal ich dachte das ist vom verteidiger set das ding behalte ich noch mal oder weg damit so das kann alles weg alles verkaufen so guck mal was er im angebot hat oh ein helm mit 43 verteidigung das finde ich nicht schlecht habe ich dir vorhin angeboten echt? mhm habe ich wohl nicht mitgekriegt glaube ich jedenfalls dass ich es dir angeboten habe kann auch sein dass ich mich irre wahrscheinlich irre ich mich eher aber naja ja den helm kaufe ich mir naja wieso kann ich den nicht kaufen oh jetzt gehe ich doppelklick sehr nice dann legen wir den mal an alles schlechte was er hier hat ich brauche keine Pfeile ich brauche keine Waffen ich bin fertig mit Business ich auch Mensch das kommt überwiegend vor so ein Ding haben wir vor ihm auch schon dieser ist dann ein wenig zäher als der letzte oh nein ich habe keinen Spießhund oh nein ich habe keinen Spießhund ne das ist mir jetzt kann man das ja wir sind seinesgleichen schon begegnet oh da oben ist wieder so ein Malakada so ein Grab und heute schreien gar kein Haus zu sein es scheint einfach so ein einfach Stecker gegen das zu sein also ein bisschen die Wirne ballern ich komme und mache ich schon ich komme um die Ads hier ja ich hole den Grab und heult weg nebenbei heult ich auch mal auf die Ads und nein er ist weg er wird wiederkommen wo ist er hin weiss nicht das ist nicht nett das ist nicht nett Lüfte ausweichen. Und... Puh. Kassad! Kassad! Brutaler Treffer. Aber er ist weg. Oh, da ist was. Oh, Kettenhemd mit Bronzeinlage. Uh. Maybe this is good. Nö, das ist schlechter. Toll. Hätte mal irgendwas Fettes trocken können hier, der blöde Sack. Vielleicht auch was nicht so Fettes dafür was Gutes. Hier ist noch ein Ding zum kaputtmachen. Oh, 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 da hinten. Da sind wir wieder dran vorbeigereizt. Gereizt. Natürlich, für mich liegt nichts wieder da. Oh, da hinten ist das Big Hole. Au, das große schwarze Loch. Ich bin wieder daheim. Und seht hier, die gebrochenen Stücke des Schwerts eines Waldläuferes. Spurenleser. Wenn ich Spuren richtig deute. Okay, bla bla bla. Killer-Rahn. Oh, hier. Anzahl Benutzer, bla. Wertvoll zu gewinnern der Gegenstand. Koop-Tötung, haben wir wieder drei. Block-Brecher-Angriffe, sechs. Anzahl der durchgeführten Kopfstöße. Ich war ziemlich schlecht. Kopfstöße, ja. Musst du mehr machen, nächstes Mal. Ein Mittel, aber... Oh, du hast mal vier verwendet. Die meisten Kills mit nur einem Schlag sind wir gleich auf. Kritische Tötung, auch gleich auf. Brüche. Alter, der Hammer lohnt sich, ey. Alter. Zahl der Stürze im Kampf. Kein. Sehr gut. Koop-Schläge. Äh. So, längst erreichte Trefferei. Alter. 36. Du musst immer die Zahl abgetrennter Glieden machen. Alter, Andri, ey. Was macht die denn? Voll die schlechter... Voll die Schlachterbraut, ey. War krass. Ja, ja, ja. Getötete Feinde. Oh, ich hab einen mehr. Benutze Fähigkeiten. Gesamtverursachter Schaden. Oh, okay. Da hast du wieder ordentlich rausgeholt. Mhm. Anzahl Fähigkeiten für den Schaden. Okay. Ja, egal. Weiter geht's. Ganz viele tolle Statistiken. Ja, ja, ja. Eins vor drei ganz viele. Ich glaub, wir haben auch so eine Gesamtstatistik, ne? Da können wir gleich mal reingucken. Das find ich mal gerade... Echt haben wir? Ja. Wenn du auf I drückst und dann gibt's hier irgendwo... Gibt's hier so eine Statistik von deinem Charakter. Spielstatistik. Statistik. Ach so, das ist nur hier Stärke. Ach so, doch. Zahl der getöteten Feinde hab ich 338. 500. Ah, fick dich. Da brauch ich gar nicht weiter reingucken. Verdammt. Ein Zwerg müsste mir... ...mehr Power geben. Bla, bla, bla. Was ist mit ihm geschehen? Ich will Spießhand haben. Hast du's grad lauter gestellt? Und das geht nicht, oder was? Ich... Ja, ich hab keine Spießhand mehr. Das ist scheiße. Ja. Das heißt, diese Aufnahme wird man nur wahrscheinlich meine Sicht hören sehen. Ja, ist ja okay. Oh, ein Großschwert der Grabwache. Oh, 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 oh. Und... Ich darf nicht vergessen, dem weitgereisten Dunerdahn zu danken, der diese... ...ein Großschwert der Grabwache. Großschwert. Alter. Wünschen prächtig, die Waffe. Uh, ist das du, Ken? Plus zwei Wille. Uh, uh, uh. Wo bist du denn jetzt hin? Geh weiter. Kudrück Kuh, du Lappen. Ja, Kuh. Guck, das zeig mir ja nicht die Gänge an, durch die du glatscht bist. Da gibt's nicht so viel, das ist ein Schlauch-Level, hier. Da gibt's noch einen Gange. Oh, nein. Oh, guck da, hast mich doch schon wiedergefunden. Klar hab ich wiedergefunden. Bist doch klein und dick. Hey. Ah, du bist ein Zwerg. Das ist voll fies, so was zu sagen. Arnus 05, der Zwerg. Oh mein Gott, Geister. Erstmal wieder in Ruhe plündern. Jetzt kommt der hier. Zack, zack. Oh, die greifen schon an. Natürlich greifen die schon an. Die geschlossene Wege, wa? Alter. Den hab ich richtig weggefegt, ey. Jetzt laden wir einen Waldläufer kennen. Hallo. Super. Wie sich hier beide warten. Ach, schloch. Oh, man. Haha. Alter, es ist vor mir ein Level-up, was geht. Nee, ich hab noch kein Level-up. Du hast uns hier zum Level-up. Steht bei mir hier, aber. Weihung nicht. Weihung nicht. Jetzt hast du Level-up. Nee, ich hab noch kein Level-up. Oh, das ist ein bisschen buggy. Ich glaub auch. Schlachtkeule. Das Cardolan sollte er... 619 Münzen. Krass. 18 Münzen. 15 Münzen. Oh, was ist los? Wo ist die denn? Ach, die hat Ärger hier. Oh, die macht doch schon. Ja, die macht doch so. Jetzt hab ich ein Level-up. Ja, ich würde es auch gerne hören. Aber das macht nichts. Jetzt hast du ein Level erhalten. Ja, jetzt. Nimm den Macker hier noch. Was, lass mich, lass mich. Nein, vorbeigelaufen. Na, ich hab ihn auch nicht erwischt. Erstmal hier die Statistik. Ja, das muss ich auch mal benutzen für den Darkst. Mehr Stärke. Ja. Bestätigen. Ich nehme mit. Ich packe meinen Koffer. Das muss ich... Vergesst es immer, das zu benutzen, ey. Okay, ich muss hier noch meinen... Ich muss hier mal hier hinten rum. Oh, da hat kein Koffer dran. Oh, Truhe. Wie ich die nicht sehe, ey. Das... Truhe sieht man nicht. Antiker Schlüssel. Oh, unverbeulter Streithammer. Oh, oh. Und 500 Münzen. Legendary Cut-Off. Hier oder abtrennen. So, ich hab eng so'n Hammer hier, vielleicht ist er besser. Und ich hab schon 10.000 Münzen zusammen. Ich hab ne Schlacht, komm, zwei händigen Hammer mit 500 bis 190 Schaden. Oh, ich wär's mal ein Zweihandhammer, moderne Axt, richtig damage, mal. Oh, ich hab dir mal was gegeben. Oh, okay. Oh, Kalatsch. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich guck mal. Ist wahrscheinlich schlechter vom Schaden her. Ja, aber Ausdauerwaffenfähigkeiten bewirken Betäubung. Over. Sack. Aua, nicht schlagen. Wirst du schon gehauen? Oh, guck mal, der hat mal eine Steuerung nicht übernommen. Der hat doch eingestellt, dass auf dem Monster zu blocken ist. Muss ich nochmal wieder machen. Ah. Hier kommen dauernd Gegner noch wieder raus. Aber wir haben die Quest abgeschlossen. Findet den Schlüssel schon da. Ja, jetzt müssen wir das Grab durchsuchen. Dann können wir hier Tür aufmachen. Guck. Da, Tür auf. Wo? Tür öffnen. Hui. Da bist du. Ah. Tür ist auf. Boah. Wie der Mann in der Urne vorbeigelaufen ist. Wo für mich nichts drin war. Äh. Sorry. Für mich fand da zwölf Münzen drin. Mann, du findest hier nur Gold. Ja. Elf Münzen. Ja, und Zwerg. Zwerge haben immer viel Geld. Wollte ich gerade sagen. Zwerge finden immer Gold. Für die Goldgräber. Blindern. Du links und rechts oder anders vom Arzt. Warte, mir ist scheißegal. Ich renne einfach mal rein. Und das ist Andi Fresse. Jetzt laden wir den Waldläufer kennen. Ey, Andi. Andi? Andi Fresse. Stirb. 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 Bis schon. Ein nur einer, kopflos. Ja, er weiß nicht, wohin sind wir. Aber ohne Spiel soll ist doof. Ja, machen wir gleich. War doch keine Freude hier. Ganz nach der Folge startet das Spiel neu. Wir können gleich testen, ob das mit der Aufnahme trotzdem klappt. Wenn ich hier trotzdem joinen kann. Wenn wir einen Duderan kennen. Mehr Zeit. Zigur Böhm. Stirb. Der Tod soll euch holen. Vollkonzentrieren kämpfen hier. Ja. Ja. Wie du, wie du, wie du, wie du, wie du. Ich glaube im Sommer kommt der raus. Wer? Der Film. Ah. Wer kommt raus? Ich aus dem Haus im Sommer. Ich habe nichts mehr. Im Sommer geht es erstmal in den Urlaub. Oh, sehr schön. Wo geht's hin? Natürlich zu I of Man. Ach, wie geil, ich bin mit. Ich will ein Motor drin gucken. Ich fühl mit. Ich will nicht mit fahren, aber ich fühl mit. Ah wie, der halbe ist. Er lebt noch. Oha. Die habe ich richtig aus dem Latsch hier oben. Sauber. Wollen sind noch welche? Das will hier lupen. Plünder Party. Yes. Lass ihn auf der Rechte noch mal Koop töten, sauber. Oh, Truhe öffnen. Großschritt des Schiffszimmermanns. Haube des... Gattis. Kritischer Schlag. Lade. Schade. Finaler Schlag. Leider kein Koop-Move. Aber ich habe ihn schon auch gestützt. Der Helm, 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 Helm. Oh, kann ich nicht benutzen. Für Weitläufer ist der. Na, was bringt der denn? 51 Rüstung. Was bringt der denn sonst noch? Nix. Das ist ja schon mal gut. Wissen haben. Nein. Ich habe einen, der bringt mir angeblich... ...20 Kraft und... ...finde mehr Gold X2. Oh, Grab und Holt. Ich wechsle mal wieder auf meine Pfeile. Baller mal, bis der Flieger drauf. Sag mal, wenn die... Oh, Ed's hier. Ed's, wo? Ah, ich hab mich dran. Gott. Der Grab und Holt ist doch gerade weg. Oh, ich habe voll die Grafikfehler hier. Echt? Ja. Wo ist denn das? Muss sein, das ist ne Disco. Äh, ne Disco? Disco, Disco. Können ich abdessen hier. Cha, cha, cha. Gebt hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Ja, aber, sind die Kuppe gemacht. Die Steine kommen mir aber trotzdem durch. Ich kann mich nicht. Die Steine kommen mir. Hm. Wollen wir auf die Grabe runter? Komm, noch mehr, Ed's. Der war gerade weg. Keine Ab. Oh nein, der ist jetzt schon wieder weg. ich glaube ich glaube ich ich bin mir in den rest hier nicht ein deko brauchen wir kraft Na toll, jetzt hat ein Diener von ihm mal eine Pfeile abgefangen. Oh, oh. Das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Nein, du bist noch da. Nee, das zuckelt hier nur so. Krass. Was zuckelt? Ich bin jetzt in der Disco und ich tanze quasi. Nee, ich habe hier... Das Spiel hat sich gerade zerlegt. Nee. Doch. Ich drücke mal F9 und beende die Aufnahme. Das war leider Folge 10 mit einem abrupten Ende. Ja. Wir haben knapp 20 Minuten. Schauen wir mal. Wenn das Spiel uns weiter noch abfuckt, müssen wir damit leider leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.